Ich hab nichts gegen deine Freunde, ich mag sie. Aber vieles hat sich für uns einfach geändert. Ich muss Charles bei seinem Film helfen. Du kannst gerne deine Zeit mit Kindern verbringen, die nicht mit Kameras und Monsterschminke rumlaufen. Könntest du die Augen schließen? Könntest du die Augen schließen, bitte? Ja. Und Action! Leute, fass auf! Ein Güterzug ist entgleist. Uns fehlt jegliche Information über die Fracht. Wir dürfen das keinem erzählen. Ich weiß. Sie haben Bedenken wegen unserer Fracht? Colonel, gibt es vielleicht was, das ich darüber wissen sollte? Ich versichere Ihnen, die Antwort ist nein. Wir kriegen Anrufe von Leuten, denen Hunde aus dieser Gegend zugelaufen sind, aber die Anrufe stammen nicht von hier. Lucy! Als wären sie einfach alle weggerannt. Ich habe Sachbeschädigung, ich habe Diebstahl und ich habe jetzt neun vermisste Personen. Hier gehen Dinge vor sich, die ich nicht erklären kann. Wir müssen dieses Ding finden. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Lauf! Ich habe es gesehen. Keiner glaubt mir. Ich glaube Ihnen. Was läuft hier? Ich habe es gesehen. Und ich habe es gesehen.